Was geht von in der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Es muss wirklich endlich ein richtiges Videospiel dazu kommen. Warum immer Zombies? Skippet die Toiletten, wir haben doch geiler. Boah, jetzt ist es aber hoho! Jetzt kommt die Drillingstoilette, Mann! Junge, da kannst du zu dritt kacken! Ach Junge, sogar die wird easy verprügelt. Es muss doch langsamer was passieren, dass die keine Chance mehr, zumindest eine Weile keine Chance mehr gegen die Skippeties haben. Boah, was ist denn jetzt los, Alter? Boah, was ist denn jetzt los, Alter? Ohohoh, ey! Hehehehe, was ist das? Es ist... Und er ist ja schon tot! Junge, das war ein krasser Skippetie und der wird halt einfach sofort gekillt, schade. Boah, den wird Verborder一... Boah... Hehehehe... Äh... Äh! D- Eh- Was macht der mit denen bitte? Das sieht leicht falsch aus. Vor allem, weil die Zunge raushinkt. Oh oh. Ja, dann wird das wahrscheinlich auch bald ein Ende haben, ne? Weil irgendwann wird es wirklich öde, wenn die Skippitys ja gar keine Chance mehr haben. Und er haut einfach ab, oder? Oh! Was ist das denn jetzt? Ich glaube, das ist ein bisschen sehr böse. Boah, Alter, da platzt hier doch das Hirn weg. Oh Gott, das könnte krass werden. Haben die den übernommen, Alter, oder gebaut? Boah, krass. Aber trotzdem, die Skippitys müssen sich endlich was richtig Krasses einfallen lassen. Jetzt kam so ein Totenkopf, da dachte ich, krass, der wird jetzt Babo und wird sofort umgelegt. Schade, warum? Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. Diesen Sinne verabschiede ich mich und bin damit wieder raus. Bis zum nächsten Mal.